Okay, weil der wäre blau eigentlich ein bisschen leichter gewesen, also ich habe immer in erinnerung dass der blau leichter war Okay, es geht ein astrainer hier stehen drei typen total aber kein pokémon center oder was wie soll ich das verstehen heißt du meine pokémon Nein, du machst hier deine scheiß statistiken Gern und du bist kein trainer der interesse erwecken könnte, okay Herzlich willkommen im kampfbomb, wonach steht ihr der sinn, dass ich die musik ändern, wenn ich hier rausgehe Wieso gibt es hier keine, kein pokémon center Gewinnpunkte, was kann man denn hier austauschen, oh, kingscan, okay Gewinnpunkt ist absolut kein problem für mich, weil ich habe auf der pokémon bank so viele pokémon gelagert Dass ich da ganz viele punkte eigentlich geschenkt bekomme, dass ich das locker alles leisten könnte Ja, geile items, ey Geile items Richtig geile items, hier habt ihr die, gut die üblichen items eigentlich Die man ja in jeder generation eigentlich bekommt und die ganze, oh, gott die ganzen needs bekommt sich auch geschmissen Nach hinterher geschmissen, also wenn sie sich gewinnpunkte, ich glaube ich habe da über 1000 gewinnpunkte könnte ich mir quasi hier rüber tauschen Das finde ich das kleinste problem Es hat mir diesen kleinen abschlecher gemacht Und nein, ich denke jedes Mal, dass mein scheiß DS Probleme bekommt, aber ich kann ja hier sowieso wieder hinfliegen, ja genau Zum Sonnenkreis-Podium möchte ich nicht, ich möchte gerne zum pokémon center bei dem lieben Dorf des Seevolks Und dann möchte ich nochmal gerne zum Kampf bauen, da muss es auch irgendwo einen Eingang geben, wo ich dann einfach zur Finalehöhle komme Denn die Ultrabestien-Story, die Chefin, die Annabelle, die ist ja mittlerweile fix und fertig Der wollen wir ja eigentlich auch mal was Gutes tun, oder? Indem wir mal die scheiß Missionen beenden So, also Wir können eigentlich nur, ich sehe es gerade, ich habe den beschwerlichen Pfad noch offen Da, wo wir den Doppelkopf gemacht haben im letzten Part Da könnte ich theoretisch nochmal hin Das wäre eine Maßnahme, oder Ich gehe erstmal einkaufen Gehen wir erstmal einkaufen TMs, was hast denn du im Angebot? Oh, geil, 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 geil Eigentlich alles geil, alles nur ein bisschen teuer Also die TMs hier Einen Erdbeben suche ich natürlich immer noch verzweifelt, das ist aber nichts Neues Aber ich brauche erstmal ein paar, ja, Top-Tränke Da müssen wir mal wieder ein bisschen Vorrat kaufen So 22 Stück, das sollte reichen Dann noch ein paar Top-Genesung, die sind ja auch nicht gerade Unbeliebt Ein paar Belieber 13 Stück. Das sollte aber wieder reichen. Und schon sind wir ein bisschen ärmer wieder geworden. Gut, ich könnte natürlich auch was verkaufen, aber ich möchte euch damit nicht so groß langweilen. Ich möchte ganz schnell, ganz schnell zurück zum Kampfbaum. Und zwar hier unten eigentlich in der Gegend am Pony Blumenmeer. Da möchte ich hinfliegen und da müsste irgendwo die Finalhöhle liegen. Da müssen wir uns jetzt mal die Augen weiter öffnen, damit ich die vielleicht da ein bisschen besser sehe. Also ich weiß auch, welches Pokémon. Das Feefras erwartet uns da. Hier kann ich durch. Das heißt, ich bin eigentlich hier gezwungen, durch das Blumenmeer zu laufen. Und damit es ein bisschen schneller geht. Und dann, ja genau, dann bin ich ein paar Items noch suche. Ich kann nicht. Ich möchte fail. Rasenwege durch. Ich glaube, ich sollte anfangen, wieder Top-Schuss einzusetzen. Hätte ich auch noch kaufen können. Hätte ich auch noch einkaufen können. Oh ne, du bist nicht schön. Das Gelbe hat mir, glaube ich, am meisten gefallen. Das Gelbe hat mir echt am meisten gefallen. Weil das hat auch keinen Style. Das erinnert mich irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ein bisschen an Asien auf jeden Fall. Immer ein bisschen so mit. Aber die Farbe auch. Die Farbe, ich weiß auch nicht. Gelb war schön. Gelb so. Sonne. Ja, das Spiel heißt Sonne. Also passt das Gelb am besten. So, wo habe ich wieder mein... Ich habe aber ein übliches Problem hier mit den, äh, mit den Top-Schützen. Das kann doch hier nicht sein. Hier gibt es... Es ist so eine scheiß Sortierung. Top, 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 top. Er leckt mich doch, ey. X-Treffer. Super Schutz. Habe ich auch noch. Und davon habe ich noch mehr als genug. Von... Dann nehme ich doch einfach mal das hier. Und dann geht es mal direkt weiter nach hier oben. Einfach mal hier... Ah, hier... Hier war... Waren wir hier nicht schon mal? Ich glaube, hier war ich schon mal, oder? Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall kann ich hier von unten her kommen. Okay. Okay. Ich glaube, hier war ich schon mal. Ja, bitte ein neues Einsatz. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, hier war ich schon mal. Mit der lieben... Oh, wie hieß die jetzt? Wie hieß jetzt hier nochmal die Truller? Ah, hier bin ich doch schon. Gold, richtig. Okay, hier brauche ich ein anderes Pokémon. Da möchte mein Taurus nicht lang. Da brauche ich eine Liste. Pampros einmal bitte. So. Also dann skampfen wir mit dir ja mal ein bisschen durch. Ich will da gerne doch schon durch. Also einmal bitte abschalgen. Was haben wir denn hier? Es gibt bestimmt wieder Elixier. Okay. Kann man auch mitarbeiten. Ich weiß gar nicht, was es hier wirklich für Pokémon gibt. Aber ich habe die Finalehülle gefunden. Von daher. Alles, alles gut. Okay. Du möchtest auch nicht gerne drüber schreiten, was ich durchaus verstehen kann. Kann man das auch eigentlich anklicken? Ich glaube, hier unten geht es weiter. Da gibt es natürlich auch Trainer, die natürlich in dieser Finalehülle gegen mich antreten möchten. Die Bug-Camperin. Da kann keiner gegen mich antreten. Da habe ich auch gar keine Probleme mit. Was hast denn du, du liebe Lady Elisa? Ein Pokémon nur. Ach, du bist aber schnell. Du bist langweilig. Ein Emolga-Elektro-Flug? Ja, genau. Ich erinnere mich richtig dran. Ich glaube, ich habe den Aaron vorne. Okay. Eine Psychokineser von den geliebten Aaron und Tupis Geschichte. Level 57. Warum sind die so schwach? Oder war Rot einfach nur so geil stark? Gut, wer war Level 70? Level 70 mit seinem Pikachu. Der Rest war auch da drunter. Level 66. Und, ähm... Ja, der Liebe ist dann noch mal angebracht, Rückkämpfe gegen alten Rivalen zuzuführen. Ähm... Ich habe den... Ich habe sogar diesen Kommentar höchstpersönlich auf einmal in meiner zweiten Monitore offen. Ja, bitte. Ich habe leider echt keine Lust, Pokémon zu begegnen. Was ich auch weiß, ist, dass wir ein Pokémon begegnen, was von Unlicht Drach ist. Das heißt, der liebe Stan wird mir das einen ganz großen Gefallen wieder mal tun. Wie so häufig. Der tut mir ja grundsätzlich auch in den Kommentaren einen sehr, sehr großen Gefallen. Oh. Wo geht es denn hier lang? Ultrabästienzeit. Schon den richtigen Weg gefunden. Auf Anhieb. Und, ja, mein Pamprus leitet hier den Weg. Und dann haben wir auch schon was gesichtet und was gefunden. Und zwar die Ultrabästien Vielfroß. Die finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich denke mal, dass der alles scharkt, oder? Nein, sein Angriff scharkt ist stark. Okay, das ist eigentlich nicht so toll für den jeden Stan. Ich glaube, es ist Level 75. Ne, Level 70. Oh, das sieht aber geil aus. Ich weiß auch nicht. Die Ultrabästie gefällt mir auch. Oh, das ist aber eine sehr, sehr langsame Ultrabästie. Hat aber viele KP, wollte ich gerade sagen. Alles klar. Der hat viele KP. Das war jetzt vierfach schark. Das war jetzt der Auslöser dafür. Ja. Ich glaube, hier gibt es auch noch eine TM. Und ganz viel Zigarre sehe ich gerade hier. Also geheimnisvolle Lebensform absolviert. Ach, da hätte ich echt eine Beschrafung für den lieben Dan, der ja das Waze... Ja. Das Waze verkackt hat. Und zwar eine Zigarre-Teile sammeln. Oder wird er lange mit beschäftigt, seitdem ich in dem Spiel. Also ich habe mir schon was überlegt. Als Beschrafung für ihn, dass er alles sammeln muss. Dann würde ich das sogar noch verlinken. Ja, da hat er dann echt zu knabbern. Okay, also die Mundgewalt ist stark. Alles klar. Dann machen wir es mal anders. Aber das ist ein... Da mache ich das mit dem Eisch-Krall. Der ist nämlich auch sehr effektiv. Von daher... Und der ist nur doppelt effektiv. Also zweifach. Also nur sehr effektiv. Und das würde reichen, ne? Der Ramm-Boss. Und der tut weh. Der tut richtig weh. Für den lieben Stan. Ist das jetzt direkte K.O. Klar, wieder der Bestien-Boost. Und, ähm... Da muss man jetzt schon wieder anfangen zu überlegen. Bringe ich Galagladi? Ja, ich bringe Galagladi. Auch wenn der Ramm-Skurs mir sehr wehtun wird. Aber ich versuche ihn einzuschläfern direkt. Und er wendet die A-Attack ab. Aus... Was ist das? Kann ich nicht mehr fliehen? Oder... Was ist denn das? Da müssen wir dann gleich mal im Bericht gucken. Und der wehrt schon wieder ab. Also diese blöde Hypnose trifft einfach nicht. Und die Galagladi... Oh, geht fast down. Aber nur fast. So, ein drittes Mal gehst du bitte nicht daneben. Ja, dankeschön. Das geht doch, ey. Jetzt pennst du bitte. Aber ich werde sofort einen Ball werfen. Also ich mache das jetzt hier nicht, äh... Langsam. Wir machen es direkt. Oh, eine große Umschweife. Warum groß sich hier dran beschäftigen, wenn wir wissen... Mit 40 Ultra-Bällen bin ich doch hier gut bestellt. Und dann besonders, wenn wir so den Ball werfen, bleibt es auf jeden Fall drin. Zack. Und drin. Bam. Da habe ich jetzt bei den letzten zwei Ultra-Bällen auch jedes Mal Glück gehabt. Was ist eigentlich sehr, sehr gut für den, äh... Also... Was für ein Wesen wäre für ihn jetzt... Für die Ultra-Bestie am sinnvollsten. Also ich finde diese Ultra-Bestie richtig geil. Also Drache Unlicht hat... Ist episch. Typisch. Hat aber eine Vielfalt-Schwäche gegen Feenattacken. Aber ich finde das richtig geil. In welcher Kampfklasse das Spiel? Keine Ahnung. Könnt ihr mal gerne mehr in die Kommentare beantworten. Eine Ultra-Bestie, die einigen Berichten zufolge ganze Berge vertilgt und selbst mehrschlögegebäude verschlingen kann. Wahrscheinlich bist du auch einfach nur groß. Ich möchte dem keinen Spitznamen geben. Ich möchte gerne mal mit dem Bericht angucken. Weil es interessiert mich. Der Angriff hoch und die Initiative schlecht. Äh... Nein. Mutig. Ich glaube, andersrum wäre es besser, dass der Angriff hochfucht leidst du gekonnt. Greift das Ziel mit eigenem Mann entfernt. Effekte von dessen Fähigkeit. Okay. Ram-Boss und Auswingen. Anwälter passt dein Ziel aus. Presst dein Ziel aus. Gehört ihr Kapitel? Das ist jetzt so. Da wird jetzt... Hä? Ach, das ist... Hä? Das ist so eine Scheiß-Attacke. Würde ich jetzt mal sagen, das ist eine Scheiß-Attacke. Die würde ich nicht spielen. Ab in die PC-Box mit dir. Ich hoffe, du warst die letzte Ultra-Bestie für heute. Oder kommen da noch zwei andere? Okay, das waren sie alle. Okay, ich möchte mich hier trotzdem mal weiter umsehen. Oh, schöne Gegend. Ja, ein Zitterorb. Weil ich bin mir relativ sicher, dass es hier auch ein... Die TM-Erdbeben gibt. Bin mir sogar relativ sicher. Schuss-Attacke wirkt nicht mehr. Ganz klar weiter. Ähm, TM. Was kann ich euch noch erzählen? Hier liegt nichts. Ich möchte euch noch ein bisschen mehr erzählen in den Parts mittlerweile. Dann sind sie, glaube ich, sogar noch ein bisschen unterhaltsam. Warum? Oh, wie geil. Das haben die hier so einfach liegen. Willst du mich verarschen spielen? Das kann es doch irgendwo nicht sein. Doch, also müssen wir bei wieder Berichterstatten. Und ich freue mich immer gerne, was die damals für große Probleme hatten bei dem Pokémon. Okay, ich muss auch wieder Superschutz einsetzen hier. Scheiße. Da laufe ich direkt in die Arme eines Trainers. Oder besser gesagt eines Wanderers. Nein. Gut, dass ich nicht angeschlagen bin. Nein, nur nicht. Ja, dann hast du ein bisschen leichteres Spiel. Du Pablo, du hast eh nur zwei Pokémon. Und mit Dicktree bist du Bodenschal, Bodenschal kannst du vorne. Obwohl, aber der wird schneller sein als ich. Und nein, 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 nein. Ich mache es direkt ohne Kompromisse hier. Der Eisenschädel. Der ist sogar nicht so effektiv. Okay. Da kommt der Flammlitz. Ich frage mich, wo hat der einen eisenden, eisenden Schädel? Sind das die Haare, oder was soll das darstellen? Lockenkopf. Okay, meine Initiative sinkt da durch. Was hat denn der Lockenkopf damit zu tun, dass meine Initiative sinkt? Hä? Man wird doch nicht deswegen langsamer. Ein Pampus, das ist nur ein Boden-Pokémon. Und es zählt da drauf, oder? Ja, natürlich. Mit einer super Verteidigung ist das ja beskellt. Ich weiß, Simpsons ist nicht die beste Wahl, aber besser, als könnte es sie draußen so lassen. Gerade mit der Initiative Schwächung wird es langsamer sein. Pampus ist auch ein paar Level drunter, um 4 ganz genau zu sein. Die Psychogenese tut dann ordentlich weh. Und er hat eine sehr genaue Zähigkeit, und das erhöht die Verteidigung. Da kommt der Konter, das interessiert mich aber leider herzlich wenig, denn Psychogenese ist eine spezielle Attacke. Und die macht dir nur mehr Damage, als dass es dir was bringt. Also das Pokémon hat, finde ich, irgendwo was, aber ich glaube, wirklich gut für den Kampf kann man es eigentlich, glaube ich, nicht benutzen. Also es spielt nicht im Overused-Bereich. Ich glaube, es spielt eine Klasse darunter, oder Underused, oder? Würde ich jetzt mal tippen. Rein vom Gefühl her, und hier... Da oben liegt eine TM. Nein, da liegt ein Item. Okay. Dann habe ich noch nicht alles durchforstet hier, weil die Finalhülle werde ich jetzt nicht nochmal abgrasen. Hier liegt nur... Hä? Feldbeschichtung. Das ist, glaube ich, für die, ähm... Einzelnen Felder, oder? Also für die, äh... Für die... Für Kapuriki wäre das... Super. Äh... Warte mal mit meinem Pampos. Ich brauche dich nochmal. Links war ich ja schon. Gab es hier nicht noch eine TM? Oder bin ich jetzt komplett auf dem Holzweg? Schreibt mir mal die Kommentare. Ich war mir hier ziemlich sicher. Ich war mir jetzt ziemlich sicher, dass es die hier gibt. Oder offensichtlich auch nicht. Deswegen fliegen wir mal ganz schnell zum Seevolk. Und, ähm... Oder dahin zum Seevolk. Danke. Und scatten Le Ball erstmal ein bisschen Bericht, dass wir die letzte Ultrabästie auch haben. Warum gab es eigentlich von meinen Ultrabästien mehrere Exemplare? Das würde mich auch mal gerne reizen. Oder interessieren, besser gesagt. Ja. Aber ich habe... Ich hätte eigentlich auch in der letzten Partie Höhle schon finden können. So ist es jetzt nicht. Dann erwartet euch beim nächsten Mal... Wenn wir jetzt den Bericht abgegeben haben... Da erwarten uns dann noch die lieben Schutzpatronen. Die werde ich dann mit Galagladi noch fangen. Das hatte ich ja sowieso vor. Ähm... Dann gibt es ja noch den Sonnenkreis. Genau, den Sonnenkreis. See oben auf den See. Ula Ula. Genau, den müssen wir ja auch noch abgrasen. Nein, diesmal nicht mehr. Wo ist denn hier das geliebte Restaurant? Vielleicht kommen wir ja zu unserem 5-Gang-Menü heute nochmal. Weil ich glaube, 5 Ultrabästien haben wir gemacht. Da wäre ein 5-Gang-Menü das Richtige. Wenn wir das dann so mit beenden können. So, Leber. Ich bin fertig mit euren Missionen. Und hat Bock gemacht. Es hat richtig Bock gemacht, diese Ultrabästien. Sorry. Also danke, Stan, für die Info. Aber das hätte ich sowieso liebend gern gemacht. Ja, das kennen wir ja schon. Lösung einstellt größeren Schritt näher. Es ist vorbei, Stefan. Damit halten wir alle Ultrabästen sichergestellt. Du hast wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Das geht auch für dich, Lebel. Oh, danke. Ach was, ich habe doch lediglich für die Rückendeckung gesorgt. Diesen Erfolg verdanken wir euch zwei. Hauptsächlich, um den Abschluss unserer Arbeitgebühren zu feiern, sollten wir ein leckeres... ...5-Gänge-Menü hier im Restaurant machen. Was denn jetzt, Stefan? Ein fulminantes Ende verlangt doch nach einem fulminanten Festmahl, oder nicht? Unsere Mission ist noch nicht ganz abgeschlossen. Wir müssen erst noch in einem Etta-Paradies und Pia von unserer Arbeit berichten. Ja, stimmt. Und natürlich, außerdem sollten wir uns die Ultrabäle bedanken. Ja, danke. Also, wir machen jetzt noch mal uns zurück zu... Genau, in Etta-Paradies stimmt. Das habe ich mir sogar noch aufgeschrieben. Ah, ich bin so ein Vollhorst. Ja, ich bin so ein Vollhorst. Wir fliegen dann ganz kurz noch mal nach dem Etta-Paradies. Schatten mal ganz kurz Bericht. Und natürlich gehen wir mir genau die falsche Seite entlang. Ist ja bei mir skandert. So, einmal bitte dorthin. Bäm! Glurak! Ich brauche dich! Und dann würde ich sagen, können wir mich gleich noch mal um... Um, 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 die Schutzpatronen. Um die Schutzpatronen und so, aber wir müssen ins Geheimlabor. Da ist die Pia und, ja. Ich könnte mir auch noch mal hier kurz Galagladivorknöpfen, mir mein Typ 0 abholen, glaube ich. Das könnten wir eigentlich, glaube ich, auch mal. Ich glaube, das ist in der Schutzzone, oder? Ich glaube, das Ganze immer so. Wenn ich schon mal hier bin, habe ich jetzt die Pokémon eigentlich gehalten oder nicht? Ich glaube nicht. Ich kenne ja mein Glück. Gut, dann schmeiße ich ein paar Items raus. Das ist ja auch nicht das große Ding. Labor Bereich B. Da habe ich ja meine Ultra-Bälle bekommen. Hätte ich eigentlich auch von Lebelle Ultra-Bälle bekommen, wenn ich jetzt nicht mehr welche von ihr abgeholt hätte. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht.